Im Newsletter 155 zeigen wir die ersten Küchen aus diesem Jahr aus Ulm und Drumherum, also Berlin, Erfurt oder Eckenthal. Wir würden Ihnen damit gerne beweisen, dass wir auch Ihre Küche genau nach Ihren Wünschen verwirklichen können. Dazu kann man unsere Küchen schon im Vorfeld erleben. Auf einer neuen Seite haben wir die sechs Möglichkeiten dargestellt, wie man in unseren Küchen zusammen mit lieben Menschen kochen erleben kann. Eine dieser Möglichkeiten ist auch die Teilnahme via Internet. In unserem aktuellen Beitrag zur Serie Einfach Kochen zeigen wir die Zubereitung einer Lammkeule provinzialisch. Anlässlich des Weltfrauentages haben wir unsere Statistik ausgegraben, in der uns die Handwerkskammer die höchste weibliche Ausbildungsquote Bayerns und vermutlich auch Deutschlands bescheinigt. Wir alle genießen ein Betriebsklima, in dem die Frauen vom Lehrmädchen bis zur Geschäftsleitung, die Möbelmacher und Möbelmacherinnen zu einem tollen Team machen. Der nordische Gott des Genusses, Gönn dir, empfiehlt unsere Kochmesser mit Damascener Klinge. Aber sein Kollege Hammersbald, der Gott der Ungeduld, regt sich über sechs Monate Lieferzeit auf. Nur bei uns bekommen Sie mit den Holzgriffen aus der Asburger Alp ausgerüstete Damascener Messer. Das wäre doch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Für den fränkischen Sommer am 19. Juli gibt es nur noch Restkarten. Besuchen Sie uns auch tags darauf, am Samstag, 20. Juli, bei den Unterkumbacher Werkstatttagen, wenn Michael Rösel seine Kinokomödie »Do geht der Teug«, »Da geht der Teig«, mit Hilfe der Technik aus dem Habsburger Citykino in High-End-Qualität zeigt. Mit einem Blick auf die Küchen aus dem Jahr 2022 bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen einen wunderbaren Frühling. Bis bald!